Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu meinem neuen kurzen video das soll so ein bisschen ein teaser sein für das nächste video denn ich fahre jetzt zum einen ein auto besichtigen welches es in deutschland noch gar nicht gibt beziehungsweise gibt es nur als vorführwagen aber ansonsten nicht und den darf ich mir heute anschauen nämlich den kia e niro und von daher bin ich gespannt wie ein flitzebogen auf dieses auto weil das wirklich ein klasse auto ist und ich ihn jetzt zum ersten mal im original sehen kann ich habe ja bisher immer nur auf bildern gesehen und das original war eigentlich immer nur ein hybrid den ich gesehen habe da hat er mir schon ganz gut gefallen und jetzt sehe ich aber halt die elektro variante und da bin ich gespannt da wird es halt wie gesagt die nächsten tagen dann ein video drüber geben und eine andere sache ist noch ich wollte mich bei euch bedanken für heute morgen waren es 500 und ein abonnenten auf meinen kanal das ist echt klasse freut mich riesig dass ihr meinen kanal abonniert hat und habt uns ja abonniert ruhig weiter wenn ihr den kanal noch nicht abonniert habt da unten gibt es halt diesen button da könnt ihr draufklicken und danach kommt denn so ein glöckchen wenn ihr da noch drauf drückt dann werdet ihr auch immer benachrichtigt wenn es ein neues video gibt und ihr dürft dieses video natürlich genauso bewerten wie alle anderen auch und auch ein kommentar da lassen und wenn ihr meinen kanal zu wollen sein wollte in welcher form auch immer unterstützen wollt dann dürft ihr das gerne machen ich habe jetzt auch ein patreon konto oder aber über paypal geht es auch da könnt ihr mich gerne unterstützen weil ihr habt ja schon mitgekriegt meine kameratechnik ist ja vor einigen monaten in die fritten gegangen und ich brauche da was neues das wäre halt ganz klasse wenn ich da demnächst mal irgendwie eine neue kamera zusammenkriege weil es immer doof sich eine kamera auszuleihen wenn man so ein event wie heute hat man halt mal hinfahren will was aufnehmen will und eigentlich keine richtige technik hat das so ist dann auch schon gewesen ja wie gesagt würde mich freuen wenn ihr diesen kanal weiter abonniert und fragen wenn ihr beim nächsten video dabei seid wenn es um den hier in mir geht und zwar diesmal in der natur war also sprich in farbe und in form ich hoffe zumindest auf schöne bilder wenn es nicht wieder schifft wie doof ich weiß ob das auto noch in der halle steht oder nicht gucken wir einfach mal und bis dahin dann erstmal bis zum nächsten mal tschüss